Tja, meine Damen und Herren, wer ein Baby hat oder will, sollte sich mal mit Wasser beschäftigen. Dass das Stillen das Beste für das Kind ist, wenn Mutter und Kind gesund sind, darüber sind sich heutzutage fast alle einig. Wir alle brauchen Wasser. Ein Baby braucht es in Form von Milch, die 90% Wasser enthält. Der Rest sind Kohlenhydrate, Fette, Proteine und Mineralien. Die Konsistenz von Muttermilch ist nicht immer gleich. Sie wird bestimmt durch die Gesundheit und Ernährung der Mutter. Es gibt keine DIN-Norm dafür. Allerdings haben viele Hersteller von Muttermilchersatzprodukten mehr als 100 Jahre Forschungserfahrung, wie eine gute Zusammensetzung von Babymilch aussehen sollte. Denn die Lösung mit dem Fläschchen ist nicht nur manchmal medizinisch angesagt, sondern sehr belebt. Manches Pulver mag im Einzelfall sogar gesünder als die Muttermilch sein. Ein bisschen spielt auch das Material von Fläschchen und Nuckel eine Rolle. Glas und Edelstahl sind auf jeden Fall dem Plastikfläschchen vorzuziehen. Am wichtigsten aber ist natürlich der Inhalt. Babymilchpulver wird meist auf der Grundlage von Kuhmilchpulver hergestellt, also einer Milch, der 90% ihres Volumens, nämlich das Wasser, entzogen worden ist. Das gewonnene Pulver wird dann noch mit Mineralien, Vitaminen, Proteinen und Fetten angereichert, damit es möglichst der Zusammensetzung gesunder Muttermilch entspricht. Wenn wir jetzt natürliche Kuhmilch, die wir alltäglich im Supermarkt kaufen können, näher betrachten, können wir zwei Werte messen, die man nur in Flüssigkeiten feststellen kann. Den Säuregrad, ausgedrückt im pH-Wert, und den ORP-Wert, das sogenannte Oxidationsreduktionspotential. Als Idealwerte habe ich hier einen pH von 7,4 und einen ORP-Wert von minus 56 Millivolt angegeben. Diese Werte entsprechen den jeweils besten Messwerten frischer menschlicher Muttermilchproben. Wie man an den Beispielen sieht, kommen hochwertige Bio-Milchprodukte diesen Idealwerten näher als Haarmilch. Sogar eine stark entramte Biomilch ist noch besser als die Haarmilch. Am schlechtesten schneidet eine entramte Haarmilch ab, die schon 5 Stunden geöffnet war. Der Unterschied mag dem Laien geringfügig erscheinen. Jedoch entspricht 0,5 pH weniger einer fünffachen Zunahme saurer Ionen. Und 18 Millivolt weniger ORP bedeutet eine Verdoppelung des Elektronenangebots der Milch, was man lebensmittelchemisch als Vorteil- und Frische-Kennzeichen ansehen kann. Hier sehen Sie einige Messbeispiele frischer menschlicher Muttermilch oder auch Frauenmilch, wie es in der Wissenschaft heißt. Es gibt also, wie auch in der Literatur berichtet wird, eine gewisse Schwankungsbreite. Jedoch ist der pH-Wert von gesunder Muttermilch immer über pH 7, also leicht basisch. Und der ORP-Wert, der ist immer im negativen Bereich, das bedeutet, er ist antioxidativ. Vor einigen Jahren habe ich begonnen, die elektrochemischen Messwerte pH und ORP bei handelsüblichen Babymilchpulvern zu untersuchen, indem ich diese nach Anleitung mit dem einzigen damals verbreiteten Babywasser der Marke Humana verrührte und das Ergebnis dokumentierte. Das verwendete Humana-Babywasser hatte übrigens einen pH-Wert von 6,61, war also leicht sauer, und ein ORP von plus 325 Millivolt, war also nicht nur leicht sauer, sondern auch relativ stark oxidativ. Oben auf den gelben Klebezetteln sehen Sie jeweils den pH-Wert, darunter mit dem Pluszeichen den ORP-Wert in Millivolt. Ich habe die Kartons von links nach rechts für Sie nach den absteigenden ORP-Werten sortiert. Also rechts ist der ORP-Wert, der der natürlichen Muttermilch am ehesten entspricht, ist aber immer noch weit weg. Die Spanne ging von plus 66 Millivolt links bis 30 Millivolt ganz rechts. Bei der Ersatzmilch fehlten also 86 bis 122 Millivolt zum besten Wert, den ich bei Muttermilch gemessen hatte, und 32 bis 68 Millivolt zum schlechtesten Messwert. Damit zeigte sich ein sehr deutliches Defizit des angerührten Babymilchpulvers gegenüber natürlicher Muttermilch. Keine der angemischten Milchsorten hatte einen basischen pH-Wert. Das Ergebnis lag um 0,76 bis 1,42 pH unter dem Idealwert von 7,4. Auch ein industriell vorgemischtes Muttermilchersatzprodukt, das z.B. in Geburtskliniken zum Einsatz kommt, zeigte keine elektrochemischen Werte in der Nähe natürlicher Muttermilch. Es war sogar weiter davon entfernt als die selbstgemischten Produkte. Ich versuchte daher, die Werte durch Verwendung anderer Wassersorten zu verbessern. Bereits die Verwendung des bekannten Mineralwassers Wolvic führte zu einem leicht besseren Ergebnis als das vorher verwendete spezielle Babywasser. Aus meiner eigenen umfangreichen Sammlung von stillen Wässern in meiner Wasserbar suchte ich nun das Sauerste heraus. Es war das Adelholzner Extra Still mit einem pH-Wert von 5,32. Es senkte den pH-Wert der Milchpulvermischung auf 5,83 und der Geschmack der Mischung war schlicht und einfach ekelhaft. Zur Ehrenrettung der Firma sei allerdings gesagt, dass es auch noch eine basischere Sorte aus diesem Hause gibt mit einem pH-Wert von 6,87. Diese heißt Adelholzner Naturell und wäre sicherlich geeigneter zum Anrühren von Babymilchpulver. Das relativ beste Ergebnis aller getesteten üblichen stillen Mineralwässer, die eine weitere Verbreitung haben, lieferte die St. Leonhardt-Quelle. Immerhin war der pH-Wert von um 0,26 pH höher als mit dem Babywasser. Der ORP-Wert verbesserte sich um 13 Millivolt. Dennoch blieben beide Werte weit unter dem Idealwert. Die Ergebnismilch war nach wie vor leicht sauer und oxidativ im Gegensatz zur leicht basischen und antioxidativen Muttermilch. Mit Hilfe eines Wasserelektrolysegeräts aus Korea, eines sogenannten Hydrogen-Rich-Water-Makers, wollen wir nun versuchen, das Problem des zu hohen ORP in unserem Wasser zu lösen. Dieses Gerät wird mit Wasser gefüllt und drei Minuten lang mit Gleichstrom aus einem eingebauten Akku durchströmt, sodass sich Sauerstoff und Wasserstoff darin lösen. Die elektrische Energie aus dem Akku wird dabei im Wasserstoff gespeichert, sodass der ORP-Wert des Wassers sinkt, was eine Erhöhung der vorhandenen Elektronenzahl bedeutet. Das habe ich nun gemacht. Das in das Elektrolysegerät eingefüllte Leitungswasser aus München besaß einen Gehalt von 0 ppm an gelöstem Wasserstoff. Durch eine Elektrolyse von 2 mal 3 Minuten stieg der Gehalt auf 500 ppm, was etwa einem Drittel der maximal möglichen Lösung von Wasserstoff in Wasser entspricht. Zugleich hat sich der pH-Wert leicht um 0,47 erhöht. Der ORP-Wert sank von 258 mV auf minus 109 mV, was einer starken Erhöhung des Elektronengehalts entspricht. Dieses Wasser ist also antioxidativ und reduzierend. Schauen wir mal, was bei der Mischung passiert. Es wurde also mit dem Babymilchpulver BB-Vita Anfangsmilch nach Vorschrift verrührt. Das Ergebnis lag im pH-Wert unter allen zuvor getesteten Milchpulvern und Wässern dem Idealwert von 7,4 am nächsten. Auch der ORP-Wert lag nur noch um 12 mV unter dem Idealwert von minus 56 mV. Beide Idealwerte entsprechen übrigens den Werten von arteriellem Blut. Man geht nämlich davon aus, dass die Muttermilch deswegen solche Werte aufweist, damit die Nährstoffe und das Wasser darin besonders leicht vom Organismus des Babys aufgenommen werden können. Vom gelösten Wasserstoff DH2 blieben immerhin 348 ppm erhalten. Über den Wasserstoffgehalt sind nur wenige Messwerte bekannt, da diese im lebenden Organismus nur sehr schwer zu messen sind. Wasserstoff ist jedoch im menschlichen Körper der zentrale Überträger von Energie. Ein etwaiger Überschuss macht nichts. Er diffundiert durch die Haut oder wird mit der Atemluft über die Lunge ausgeschieden. Ein Mangel an Wasserstoff dagegen führt zum Überhandnehmen von Oxidationsprozessen durch freie Radikale. Dasselbe Leitungswasser aus München habe ich nun noch auf eine andere Weise behandelt, nämlich mit einem Diaphragma-Elektrolysegerät, einem sogenannten Wasserionisierer. Diese Geräte leiten das saure, sauerstoffhaltige Anodenwasser ab und liefern reines, wasserstoffreiches und basisches Kathodenwasser, das sogenannte basische Aktivwasser. Dadurch können auch höhere pH-Werte erreicht werden und ein niedrigeres ORP. In diesem Fall stellte ich das Gerät so ein, dass es auf Knopfdruck basisches Aktivwasser mit einem pH von 9,88 und einem ORP von minus 190 Millivolt lieferte. Durch das Verrühren der beiden Komponenten entstand eine Babymilch mit pH 7,41. Sie entsprach also dem pH des arteriellen Blutes und dem Idealwert von Muttermilch. Gleichzeitig fiel das ORP um 258 Millivolt auf minus 93 Millivolt. Einen solchen Wert hat das Blut zum Beispiel nach einer Infusion von Hochdosis Vitamin C. Normalerweise liegt er zwischen minus 50 und minus 60 Millivolt. Bei Muttermilchproben fanden wir nur Werte bis minus 57 Millivolt. Allerdings ist ein niedrigerer Wert keinesfalls als Nachteil zu bewerten, da die dahinter stehenden zusätzlichen Elektronen bei der Aufnahme des Getränks in den Kreislauf unterstützend wirken können. Der Wasserstoffgehalt, der im Ausgangswasser bei 0 ppm lag, wurde durch die Elektrolyse auf 802 ppm erhöht. Im Endprodukt verblieben 451 ppm. Auch das muss man als Vorteil gegenüber dem Elektrolyse-Kleingerät ohne Gastrennung ansehen, das rund 100 ppm weniger Wasserstoff im Ergebnis lieferte, obwohl es offiziell zur Wasserstoffanreicherung von Wasser verkauft wird, zur Herstellung von sogenannten Hydrogen-Ridge-Water, das derzeit einen großen Boom in Japan und Amerika hat. Nun könnte mit einem solchen Gerät ja vielleicht jemand auf die Idee kommen, nicht das Mischwasser für das Babymilchpulver, sondern angerührte oder gar frische Milch selbst mit Wasserstoff und Elektronen anzureichern. Das geht technisch. Da Milch sehr viel Wasser enthält, kommen dabei natürlich interessante Ergebnisse heraus. Egal, ob man es mit einem einfachen Elektrolyse-Gerät, also einem Hydrogen-Ridge-Water-Maker oder mit einem klassischen Topfwasser-Ionisierer mit Diaphragma macht. Davon rate ich aber aus zwei Gründen ab. Diese Geräte sind ausschließlich für die Elektrolyse von Wasser konstruiert. Das Befüllen mit anderen Flüssigkeiten kann zu massiven technischen Problemen führen und bei der Reinigung auch zu hygienischen Problemen. Der zweite Grund ist noch viel wichtiger. Man weiß nicht, was mit den nichtwässrigen Bestandteilen der Milch während der Elektrolyse passiert. Dieses Gebiet sollte man erstmal den Forschern überlassen. Das ist noch viel zu neu. Kann man nun mit basischem Aktivwasser nicht nur den Milchersatz aufbessern, sondern auch die Muttermilch selbst, indem die stillende Mutter basisches Aktivwasser trinkt? Meine Messergebnisse zeigen eine klare Tendenz in diese Richtung. Das negative ORP hat sich bei einem Versuch innerhalb von 15 Tagen mehr als verdoppelt. Der pH-Wert blieb gleich. Sie wissen ja aus der Werbung, die Milch macht's. Ich sage, das Wasser macht's auch. Egal, ob es die Mutter selbst trinkt oder es zur Zubereitung von Babymilch verwendet. Die besten Werte bekommt man mit einem Wasserionisierer, der das Leitungswasser zuerst filtert und dann durch die Diaphragma-Elektrolyse auf Knopfdruck pH-Werte um pH 10 für das Anrührwasser erzeugen kann. So kommt der Muttermilchersatz dem natürlichen Vorbild am nächsten und darum geht's mir ja eigentlich in diesem Filmchen. Ich denke, H-Milch war gestern. Eines Tages würden alle nur noch H2-Milch trinken wollen, denn ein Wasserionisierer ist so eine Art Kuh im Kühlschrank. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Mehr übrigens über moderne Wasseraufbereitung finden Sie in meinen Publikationen auf www.wasserfakten.com. Vielen Dank.